I don't care! Und willkommen zurück zu Let's Play Scania Truck Drivers Simulation. Boah, ich hab kalt, Leute. Gibt es auch eine Heizung hier im LKW? Ich glaube weniger. Wir starten natürlich wieder hier vorne. Und ich sehe gerade schon, irgendwo hinter mir blinkt etwas. Schaue ich mir doch direkt mal an. Wo haben wir ihn denn? Na, da ist er ja. Ja, wunderschön. Huch. Er ist mal mega leck verursacht. So, und dann fahren wir das gute Ding mal... ...zum Zielort. Das ist natürlich super praktisch. Sollte man natürlich nirgendwo dran stoßen. Das ist vielleicht vorteilhaft. Ach ja, manchmal ist das Fahren hier echt chillig. Sorry, dass der Stuhl im Hintergrund manchmal quietscht. ... ... ... ... ... ... Übrigens, gefahren wird das Ganze hier mit dem G25-Lenkrad. Jetzt auch hier auf der Bildschirmfläche ganz kurz verlinkt, beziehungsweise als Foto zu sehen. Damit die Fragen natürlich mal aufhören. Weil das ist ja manchmal richtig schlimm. Übrigens, mehr Informationen gibt es auch auf meinem Kanal. Nur so als kleine Schreininformationen. Oh, ist es rot? Rot ist natürlich... Nein! What the hell? Was war das? Was geht jetzt bei ihm? Boah, war das ein Rückstoß. Wahnsinn. Ist aber nicht realistisch. So, hier geht's jetzt irgendwo links. Und es muss natürlich rot werden. Die Ampel ja gar nicht. Klick, 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 klick. Ah, ist das schön chillig. Den Stress der letzten Folge komplett vergessen. Übrigens, es ist eine Umfrage gestartet auf meiner Webseite. Ach, nicht auf meiner Webseite. Da könnt ihr aber auch mal vorbeischauen und euch anmelden. Da gibt's ein paar Features. Ähm, nein, auf meiner Facebook-Fanpage. Falls ihr noch nicht Fan seid, liked meine Facebook-Fanpage-Seite. Und vielleicht gibt's irgendwann mal da ein extra Gewinnspiel für die, die mich auf Facebook geliked haben. Wer weiß, wer weiß. Äh, du Nutte. Los jetzt. Emma, du hast frei gefahrt? Was ist dein Problem? Hast du deine Tage? Dann gib das als Grund an, man. So ist das ziemlich scheiße, man. Und jetzt losfahren. Einfach nur geil. Like a boss. So. Ähm. Ah, ich seh's. Seh ich richtig? Ja. Gut. So. So. Boah, number one, man. Boah. Ich werde ja noch hier zum kleinen Profi Lieferanten. Grün. Maybe. Nicht. 699 Liter. Wie viel Sprit hatten wir letztens? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hm. Hoppala. War ein bisschen arg eng. Ich weiß es schon gar nicht mehr. So. Welchen nehmen wir? Rechts oder links? Wir nehmen. Links. Ne, 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 ne. Was geht hier? Lustiges Kreiselfahren. Oh mein Gott. Da auf den Hof muss ich. Und wo haben wir ihn? Da hinten in der Ecke. Okay. So. Jetzt wieder schön zu merken, dass der nicht mehr so stark beschleunigt. Ups, was war denn das von mir? Naja, passiert hier und da mal. Äh, Bala. Ob das jetzt die beste Idee war, weiß ich auch noch nicht. Düdüt. Manchmal ist ICQ erst lustig. Oh Mann. Und manchmal sollte man einfach nicht auf ICQ gucken während der Fahrt. Ist das schlimm. Warum mache ich das denn jedes Mal? Das wird mir echt irgendwann noch zum Verhängnis ICQ hier im Let's Play. Übrigens edit mich alle bei ICQ. Wäre cool, auf jeden Fall. Da könnt ihr mir Fragen stellen und so ein Blödsinn. Also ich hoffe mal, die Leute, die bei ICQ sind und mich dort bis dato geedit haben, haben es bis jetzt noch nicht bereut, glaube ich. Hoppala. War ein bisschen flott, die Kurve. Ähm, wir fahren... Wo fahren wir lang? Rechts, links, rechts, links. Links rum. Und nur 50 erlaubt. Und nur 50 erlaubt. Ist natürlich jetzt schade. Jetzt würde ich am liebsten rasen und darf nicht. Ah, das Leben ist schon ungerecht manchmal. Auch wenn es nicht mehr flott ist. Vielleicht grün? Wie ist das? Wie ist das? Hör! Hier sind vielleicht auch noch mal. Bist du nicht? Ich tue nicht alles. Ich tue nicht vielmehr. Bist du nicht? Boah, ist das weit weg Bis ich jetzt das nächste Schild sehe, wie schnell ich fahren darf Weil ich das gerade verpasst habe So, wie müssen wir denn fahren Mann, 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 heute bin ich sehr unkonzentriert Das ist nicht gut Muss man den Schwerenwagen in Bewegung setzen Bitte grün, bitte Grüüüüüün Boah Erst recht bergab bremsen Das ist ja mal eine Tortur Huch So, hier irgendwo muss unser Ziel sein. Dann fahre ich auch was langsamer gerade, dann haben wir unser Ziel. Einfach mal ein Schillig rollen lassen, hier geht das ja. So. 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 Vielleicht. Hoppala, mal heimlich drehen. Einen anderen LKW kriegt man ja nicht. Aber erstmal die Medaille hier aufheben. So, was machen wir denn, wenn der Sprit leer ist? Hm, sehr kurios. Was? Die fahren... Ey, die fahren alle 90. Naja, was soll's. Wir müssen schnell zum nächsten Auftrag. Bevor der uns weggeschnappt wird. Wir fahren halt ein bisschen schneller als die anderen. Was haben die denn? Als ob das ein... Und... Ja, komm. Heul nicht rum, Mensch. Die paar KMH... Menschenskinder, echt. Dass manche dafür schon rumheulen, ist ja schrecklich. Huch. Falsche. Boah. Legt da so viel Gewicht dran. Boah, das sieht so schön aus hier. Mit den Schatten und alles. Wahnsinn, Respekt dafür. Boah, komm ich hier überhaupt hoch? Mach keinen Miesen. Huch. Das üben wir nur ein bisschen. Na los, jetzt. Oh, endlich wieder 90 KMH. Hallo, Julia. Ja. Boah, cool. Mit Tunneln. Das wusste ich auch nicht. Geil gemacht auf jeden Fall. Richtig nice. Geil. Da geht einer ab. Ah, es ist chillig hier. Autobahn-using. Oh, mein Gott. Habt ihr das gerade gesehen? Alter, mein Trailer stand schief ist das eng. Ich glaube, ich fahre viel zu schnell hier durch den Tunnel. Oh, mein Gott, wie komme ich denn hier runter? Mein Ziel ist unter mir. Ja, ich möchte hier gerne runterfahren. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wir gehen. Hoppala. Mann, 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 Mann. Na los jetzt. Keine Ampel. Nein. Keine Ampel. Keine Ampel. Boah, es war aber gerade haarscharf mit dem Trailer. Oh. Müssen hier irgendwo rein. Wow. Unfall. Womit? Ist ja alles okay. Oh, fast abgewirkt. Aber nur fast. Oh, fast abgewirkt. Oh, fast abgewirkt. Klappt das auch so? Bitte. Bitte. Nicht? Okay. Weil das jetzt das kleinere Problem ist. Oh, fast abgewirkt. Oh mein Gott. Ups. Gut. So, wir parken jetzt einmal. Mittagspause. So, bis gleich, Leute. Tschüss.